Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Extreme Polish & Vax 2 ist eine schonende Politur mit mittlerer Polierwirkung für neuwertige, leicht beanspruchte und regelmäßig gepflegte Lacke. Die Politur wird einfach mit dem Sonax Applikationsschwamm in kreisende Bewegungen auf den gereinigten Lack aufgetragen. Anschließend mit den Sonax Mikrofasertüchern nachwischen. Sonax Extreme Polish & Vax 2 beseitigt feine Kratzer, zum Beispiel Waschbürstenstreifen und matten Glanzschleier. Das Ergebnis spiegelnder Tiefenglanz, intensive Farbaufrischung und eine dauerhafte Versiegelung mit Langzeiteffekt. Durch die optimale Abstimmung von extrem feinen Polierkörpern mit der innovativen Hybridnet Protection Technology. Dabei werden spezielle anorganische und organische Komponenten zu einem stabilen, witterungsbeständigen Netzwerk verknüpft. Die Oberfläche besticht durch eine sanfte Glätte, einen brillanten Tiefenglanz und einen bemerkenswerten Wasserabperleffekt. Sonax Extreme Polish & Vax 2 kann auch mit einer Poliermaschine verarbeitet werden. Der Sonax Pflegeratgeber Wolfgang Kl�ssich Der Sonax Pfleger хочется wェchern! Der Sonax Pfleger grin делает!